Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Black Flag. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns in der letzten Folge an den Türmen versucht. Einen haben wir geschafft, den anderen haben wir zweimal versucht, aber nicht geschafft, aber machbar. Aber warum rumquälen, wenn man es später vielleicht einfacher haben kann? Deshalb machen wir jetzt erstmal Schnellreise zum Missionspunkt. Okay, ich darf mich frei bewegen. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Herr, nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch kein Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich lieber bin. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary, bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was sie zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab, ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Aye, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten, doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Wir malen sie schon mal aus wie ihr. Wurffalle verfügen über tödliche Klingen. Mit Widerhagen drücken sie Dreieck, wenn sie sich über ihrem Ziel befinden, um einen Attentat zu verüben. Halten sie Dreieck, wenn sie sich... Wenn sie sich über ihrem Ziel befinden und bewegen sie L, um einen Attentat zu verüben, den Gegner zu hängen. Ziehen sie auf einen Gegner und drücken sie Dreieck, um ihn zu sich heranzuziehen. Drücken sie dann Vierck, um ihn zu schlagen. Ein weiterer Angriff. Kommt. Kommt. Oha. Zum Strand. Hallo, zum Strand. Habt ihr nicht gehört? hey. Wir sind schon ein, Edward. Holt mir auf! Das ist Lewin. Kau mängst. Das Ding ist cool. War ich das? Hau drauf, alles ist erlaubt. So viele Todes, so viele verwundet. Schnell und sauber, Edward. Sie verdienen einen gnädigen Tod. Ja, prima. Ja, prima. Ich habe eine Linie mit Giro. Ich kann mich nicht schreien. Ratsch! Alles ist erlaubt. Hat mir gut gefallen. Weiter geht's. Seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufwege, fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Reed, wie es mit der ganzen Royal Navy Aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Oh, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary. Rackham. Patch. Und der Rest. Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Inneren? Tue ich. Teufel auch. Es traue ich. Teufel auch. Es traue ich. So lange am Boden. So lange am Boden. Ah ne. So lange am Boden. So. Sequenz 11. Es gibt nur 12. Es gibt nicht 14. Ich glaube, ich habe irgendwo gesagt 14 oder 13. Es gibt 12. Werft Anker! Glaube ich. Illa Wache. Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spionen und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros. Dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Taurus und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Canby. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Haha. Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain. Sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bono. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Das übersteigt eure Vorstellungskraft. Jamaika hat ne Bordmannschaft. Wie fühlt es sich an, wie ihr das ist? Wie ist denn so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt, vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert, Jack erledigte das Trinken. Hat Mary... Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie. Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ach... Gut, das zu hören. So. Klar wollen wir darüber reisen. Was haben wir denn noch in Kingston? Kein Gouverneur mehr. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templars Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Massau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft dein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Parkins Lane, Bristol. Den italienischen Diplomaten aufspüren. Ich verstehe. Okay, ich bin bereit. Gehen wir. Okay. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Kofi-Detektiv hier. Kofi-Deaktiv hier. Ihr seht an ihm. Fabian cares. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könnt die Welt beherrschen, ist mir Shorty. Ja, 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 ja. Wer fliegt schon mehr als ein Mal im Monat? Profi Model Solange er verkleidet ist es, äh, äh, Kenway, ne Edward. Auf dem Pess Icognito. Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Urgiero Ferraro. Nein, Mr. Ferraro. Kein Problem. Danke dir. Können wir doch ganz nett sein, die Soldaten. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue schwort. Und doch, trotz all meiner Erfolge, beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, fünf Jahren. Das war's. 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 Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Gouverneur. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Das war's. Das war's. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Nun, es steht noch nicht fest. Gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Warum bin ich nicht im Gebüsch? Geht der jetzt immer den gleichen Weg, oder was? We still hold the Daniels ship offshore, some sort of inspection. I hope it doesn't take too long. This is gonna be fresh. Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie bei Gott, und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so wahr ist Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Richtet dem Gastgeber meinen Dank aus, bitte. Die Abschiedsfeier ist so stilvoll, wie man es sich nur wünschen kann. Ja, geht immer dieselbe Route, oder? Dann warten wir am besten hier hinten. Ich glaube, dann ist das hier der beste Ort. Gut, da hinten wäre auch noch einer gewesen. Egal, wir machen es hier. Hoffe ich. Oh, nee. Jetzt kackt man Spiele schon wieder ab. Also, der Fernseher. Mann. Warte. Geht gleich weiter, hoffe ich. Ja, okay. Gut, hier ist auch alles da. Okay, weiter. Okay. Dann versuchen wir doch den anderen. Und wenn dieser Tag kommt, werden Männer wie Torres und ich uns als Architekten ihres Unterkrieges. Das ist nicht das, was ich zum neuen Weltkrieg verabschiede. Aha. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Kretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe. Verrückter Hund. Unsere Quellen sagen. Principe. Die haben getrunken. Die wissen gar nicht, was sie da waren. Das Assassinenbüro erreichen. Das Assassinenbüro erreichen. Ich bin wieder da, Freund. Ich bin wieder da, Freund. Aus einem Haufen auszutöten. Wie soll ich das machen? Honey Rogers. Äh... Nein, 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 nein. Ich dachte, dieser Diplomat war der, der mir die Sachen geklaut hat. Mir gut gefallen. Gut, okay. Ich würde sagen, die Folge band mal nochmal. Morgen geht es dann direkt weiter. Wir nähern uns wirklich dem Ende. Traurig. Aber gut. Alles hat ein Ende. Freunde, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir was da. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns morgen, würde ich sagen. Ciao, ciao. La- La- Vielen Dank.